Herzlich Willkommen zum Geburtstag Nina Kramer konnte sich im Jahre 1519 in Württemberg eine Apotheke kaufen, wenige Jahre später wurde er dann als Hochhändler verpänzend auf einen Teil weniger Nachobis herauslassen. Das macht mich ganz ruhig. Hallo Nina Lenz. Wir sind gerade im Studio. Wir nehmen gerade auf. Ja, wir sind gerade dabei und jetzt ist der Frankie am Schatten. Laber nicht! Auch Schweine labern nicht. Heute ist der 20. April und das ist ein schöner Tag. Und wir feiern nicht am 26. April. Es tut mir leid, wenn ich das so anhöre, als ob ich gerade lachen würde. Ja, ich tue es. Äh, warum Sarah und Pascal? Ein Wiss! Ein Wiss! Dann ist Schluss, ne? Kamera! Deine Machen! Ich steh ne halbe Stunde hier am Tresen, bin ich mal eingeladen. Mich hat Mörse irgendwie in die Gästeliste eingetragen. Obwohl ich mit vielen in die gleiche Klasse gehe, kennt mich keiner. Endlich einer, der Party machen will, das ist verständlich keiner. Denn ich bin einer, der am Saufen ist. Darin schlägt mich keiner. Nina goes at you, jetzt heb die Gläser hoch, ihr Bitches. Dann Frankie wird nach dem Säckglas asozial eure Titten ficken. Bitches licken, kiffen, nassen, siffen, alpen auf der Party strippen. Denn Nina wird 18, ein Grund zum Feiern und zum... Ich scheiß auf alle Gäste ein Frankie ist und bleibt der Allerbeste. Happy Birthday, du bist 18, jetzt kannst du feiern wie die Großen. Denn du bist volljährig, Happy Birthday, lass uns da drauf anstoßen. Happy Birthday, alles Gute von mir, jetzt lass mich trinken. Mein Niveau wird tiefer sinken als die Stammschaffung.